Mit etwas Glück kann man hier bei den großen Katzen wirklich sehr nah an die Tiere herankommen. Nur 30 mm, so dick ist nämlich diese Scheibe, trennen Besucher von unseren Löwen, den Leoparden oder auch dem Tiger. Und da kann man sich wirklich aus nächster Nähe anschauen, welche gigantische Kraft hinter diesen Tieren steckt, welche große Pranken sie haben und mit welcher Eleganz sie sich eben auch durchaus hier im Gehege bewegen. Meistens schlafen Katzen aber, denn sie sind eher in der Nacht aktiv, gehen dann auf Jagd und verdösen den Tag über, um Kräfte zu sparen für die sehr anstrengende Jagd, die ihnen natürlich bei uns erspart bleibt. Wir füttern sie da schon mit entsprechenden Fleisch, aber auch das müssen sie sich erkämpfen. Wir hängen das zum Teil in die Bäume rein und sie müssen dann eben da hochklettern. Und ja, insofern macht es auch Sinn, sich die Kraft hier im Zoo zu sparen. Und dann, wir füllen das hier im Zoo. Und dann, das ist ja, insofern ist es das, das ist ja, bei uns erspart nicht aus, wie wenn es auch nicht geht. Ja, insofern ist es zu sparen, wenn wir hier in den Bäume rein gehen. Und dann, wenn wir hier in den Bäume rein achten, dann ist das, was wir dann anschauen. Und dann wird das, was wir hier im Zoo aussehen. Und dann wird das, was wir einfach mal wieder neu gerade angekälter woher eingeführt werden. Und dann wird das, was wir, wenn wir besser die Blaze einschaut haben. Vielen Dank.